noch drei bis level 3 insgesamt geht es bis 100 bücher nein bis 80 die maschinengewehre warte da unten maschinengewehr doch natürlich gehen die bis 100 ja aber auf level 3 genau drei zeitschriften bis rebecca du hast recht drei zeitschriften bis level 3 3 zeitschriften und dann jeweils zehn bis genau die nächste stufe kann man ja mal überlegen wenn du dann jetzt wirklich die vielleicht schon findest die drei dann können wir schon im 60 auf drei ist doch gar nicht so verkehrt motz haben wir sowieso nicht zum reinmachen ja ja kaffee marsch kaffee marsch ich könnte ja mal kaffee marsch nehmen themasch dankeschön für das weißt du was ich jetzt gleich tue ich mach mir gleich noch mal ein t weil wir haben noch keine horde wir haben noch keine quest dann kann ich mir ganz flottig gleich noch mal ein t machen dann löse ich das gerne ein der ist nämlich gerade leer mein t geworden so aber weißt du was ich möchte jetzt was ich jetzt mache es mir punkte vergeben ja macht punkte ich hätte mir meine vier oder was ich da noch hab auf weiß noch nicht wo ich die rein mache ich muss meinen 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 gehirn anstrengen da muss ich mal rein ich möchte die end auf level 10 aber da fehlen mir glaube ich auch noch jede da könnte ich noch mal warte bei ind auf welchem level bin ich bei der ind bin ich gerade mal auf level 6 sparen wir meine punkte ich weiß nicht wofür noch zehn minuten macht der händler auf hey ja 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 mit gewehren schrotflitte würde ich an deiner stelle machen ja aber nicht während der horde aber nicht während der horde donnerbüchse ist das na ja ich glaube da habe ich donnerbüchse bin ich ausgedingst hast du schon fertig ja donnerbüchse habe ich schon ausgelernt habe ich mich gerade ich werde gleich erzählen was ich nieder du honki ja wir haben ja eine quest zum abgeben ich habe mich voll erschreckt unterhebel replettiere level 4 jede grad ruhe bitte herr der herr unterhebel replettiere level 4 panzerbrechende 9 mm moni stahlschaufel level 4 geschmiedeter stahl bauplan verbesserte fitting mod gar nichts davon nein muss die panzerbrechende moni ja da können wir auch gut gebrauchen die panzerbrechenden monien ist es quatsch also muss ich wahrnehmen muss ich noch mal darf ich dein inventar das 37 da ich doch was ist ein heutzutage das letzte mal ich kann noch mal durchgucken schalldämpfer mord dann war ich mal bei den mods schalldämpfer sich bereit 1 die bachschaft taktisch sturmgewehr fertigungszeitschriften geknarrt geschmiedet stahl angepasste fitting mods ja sturmgewehr fünf oder was nicht das sturmgewehr nimmt die in des zeitschriften paket oder ja vielleicht hast du ja mit sehr viel glück was drin mit sicherheit hast du irgendwelche aufgaben und die sind alle zu weit weg vorige stufe eine firma nevis gehen high school ja die ist ja nicht so schwer ja aber ich schaffe noch nicht an einem tag dann muss kassi drill die high school ist ja nicht so groß wir können die dreier an ihm animal hospital die eine dreier befallen nicht hier gibt es keine nein für sie abholen säubern und stromzufuhr also von mir ist mir zu groß glaube ich jetzt ist es mir zu zu viel zeitdruck nehmt in die schontauer ich habe befallene beseitigen in stufe vier der bürgerladen oder bob bars und karls korn da ist gracie die welche gracie ok befallene beseitigen akzeptieren ja können wir können wir können wir gleich hinfahren wenn du lust hast wenn wir machen mache ich dann also für die post noch einen moment warten mit dem tee einlösen wir machen jetzt erstmal schnell noch das question und dann dann mache ich mir gleich den t danach ja guck mal das ist hier um die ecke gehen wir von außen raus gehen wir von außen rauf außen rauf das ist nicht die kutsche die hawk schiller das ist wo früher die gracie war ja da wo der super mais ist und die schweine ich ganz viele schweinchen im haus und die lud wenn ich ja wenn wenn die zur quest gehören die werden sie gehören dann müssen wir die leider töten ich fahr wieder mit der wien ich fahr wieder mit der an die doch nicht guten tag müssen hinten nach hinten er macht nix willst du aus euch hinfallen was nö wir laufen weil ich mir von meinem briefkasten spickel weil ich hier gerade ein briefkasten ja doch hier unbelührt es ist trainer ein buch und zwar viel schenken ja ja wie geht das die baseballschläger hat es ja fertig naja ich glaube ja ich behalte erstmal noch in die test kann ich ja mal gucken nicht dass ich ja wir gehen wir gehen links links muss aufpassen wo bin ich entgegengelaufen hier kommen wir dann doch aus weißt du ja ja also los kommt nicht offen na dann ran hier an die boletten immer gibt im lorenz ja jetzt habe ich wieder keine feine mitgenommen macht menno ich auch nicht nach ich müssen wir das schweinchen töten ja ich will das nicht töten wir müssen hatte ich mal jetzt sind wir gemeinsam schuldig dass noch eins ja ja hier sind mehrere ach gott ich finde das so schrecklich selbst die handtasche haben sie eingesperrt die das nehme ich nicht aus das ist der andere gammelsandwitches in der handtasche die wollen wir nicht ich loote jetzt hier und die ganzen kram hier gar keinen bock zu oder kombi luten ja ich habe messer mit glaube ich oder elvis mein messer hin ich sehe mein messer nicht und du machst das mit der axt die schweinchen lassen wir liegen ich will die nicht hier steht auch irgendwo gleich eins in der küche er da kommt gleich ein so das ist mir das schlumpschuhe wir haben ja kein bär welchen bunt da oben ist ein kochtopf ja mitnehmen die brauchen würde das eisen hat jemand ein pausenbrot vergessen ich bin raus geflogen ach du schande wer ist ausgeflogen wie ich habe schon gesagt der wiese geht lavi raus bilder müssen vernichtet werden hat mir gesagt aber ich weiß dass hier irgendwo ein zocker die ecke irgendwo ist also mit der karte kriegt man nix aber ich finde das wo ich war weil ich es machen ich mache das für dich das schläft sind zwei stück die schlafen einfach was ist das denn für ein käse was was zu trinken für mich ich habe alles ausgepackt ja habe ich und auch leben ist hart hier trinkt ein schluck wasser dann geht es dir besser lang geschütter mache ich tote schweine ja die liegen da und schlafen also wir müssen ja natürlich wir müssen jemand da ja wenn ich ja auch noch hier irgendwo ist auch ein schweinchen noch jemand ja mach das doch geht doch einfacher also ist die station sehr schön ich glaube es nicht ich kann es nicht glauben ich kann es nicht glauben dass ich jetzt hier was weg schmeiße was schmeißt weg ja die ohne sandwiche ich habe die auch ausgeworfen also das nehmen ich definitiv und auch federn nehme ich nicht mehr mit ist einfach ich weiß ich hat mal schmeißt federn weg ja weißt du wie viele federn wir zu hause haben weißt du weißt du wie viel stellen ein stehen an dem hohen himmelszelt habe ich schon gekocht kommst du raus auf die terrasse an die flüsse luft an die flüsse luft ja ach jetzt geht das wieder los ich kann das doch nicht ja natürlich kannst du ich bin mir ganz sicher dass du das kannst hallo schön sie zu sehen ohne rücksicht auf verluste ja hier sind jetzt wieder feinchen ja warte ich nehme den hier es ist so grausam müssen wir hoch na ja ich weiß mach einfach die klappe und dann das reicht nicht doch doch und dann nicht hoch ich komme nicht hoch lach nicht über mich nein würde ich nie tun hier kann ich nicht hoch springen ach man das ist doch mit ich bringe noch in den käfig rein wie soll ich denn in den käfig springen und die leiter der hand oder du brauchst dir leitet warte mal ich komme hier hinten bei dem anderen kommenten da nö ich gehe einfach hier kommt trete ich mal um bitte grit wo denn da bei dem so 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 siehst du ups ja ich treffe das fenster nicht durch ich bin runter gefallen kann ja wir müssen glaube ich hier oben das leben ist auch hart ach menschens kind nie warte ja ja ich bin schon hier ich bin schon hier weiter gegangen wenn du hier dieses ganze lila zeug mitnehmen willst du dir keinen zwang an hier unten tag sie wollen was mit dem knüppel bitteschön also hier oben noch was ja das ist ich habe keine schaufel dabei das ist ja alles nitrat das ist nitrat ja wenn du das benötigst ich weiß ja nicht man weiß ja nie man weiß ja nie oh guten tag meine herrschaften hier ist auch noch hier ist auch noch nitrat komm mal zurück 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 was ist hier was ist hier wo sei eigentlich dein kaffee mein kaffee sonja sonja such dir einen kaffee kochen bist du durch kochen bin ich durch ja medizin auch guck mal kann ich dir gleich zwei büchlein auswerfen guckst du das ist beliebt von dir so hier ist wieder ein klo hast du durch hat aber hier muss ich muss hier auch noch mal einmal gucken nur kurzendreck naja kurzendreck kann man die sagen doch was interessantes gefunden wann der stiefel dann aktiviere stehen und dann aktiviert warte warte das ist ein rätsel ja ja klar und muss aus und muss jetzt muss grün und gelb aus jetzt alles aus ich bin hier eingefallen und ich bin kommst du da raus ja auch meine hilfe alles gut dann ist ja gut hast du die meist mitgenommen ja 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 da kam noch brauche ich nicht also ich jetzt schon wieder für die leise habe mich gehauen was macht der bohrer tritt ja da kommt der kleine ort die lieb aha wo ach da tot nein noch nicht noch ein zwei bohren die wir noch in dem gb noch ein zwei bohrungen dann heißt es sie möchte ihren arm gewaschen bekommen ja dann der daneben liegt vor dem essen händewaschen nicht vergessen lerne die regeln ja ich habe sie tatsächlich diesmal bedacht so jetzt geht runter zum hauptöttingen jetzt kommen wir erstmal zum hier ist nix ja ja wir müssen ja jetzt gleich hier du musst du schon wieder wo ich hole mal die meisten ja da kommen aber glaube ich auch noch ein paar zum haus oder ja warte doch immer mit der ruhe gar keiner ist hier alte frau ist doch kein d so herr im hemmel guck mal wie stark ich bin ich kann einen vorhang durchschlagen hier war auch noch ganz viel nitrate ja 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 und der papier dann guck mal was da hinten für eine palette steht heidenei ja 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 habe ich doch hier sehen jetzt gehen wir zu crazy jetzt kommen wir erstmal die ganzen da ne hier kommt glaube ich nicht so viele oder oh nix hallo ich sehe niemanden ich haue mal hier den 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 kleideradatsch mit meiner keule ne mach das damit die zuschauer auch wirklich was davon haben dass wir hier so eine schöne quest machen hatte ich bohre ich hoffe dass niemand beim mittagern rot essen ist und guck dir das an werke von nitra ja ups den krieg ich leider nicht ohne medizin schränke mit zwei mal schnapp es hatte ich mach mal an die waffentasche da mit schwer warst du schon durch oder nein nicht meine liebe da fehlen mir noch 25 jetzt geht es so great ich mache ich mache ich mache ich mache ich will mal was gucken ach den hast du schon leer gemacht oder war der leer eben da war ein motor drin also guck mal hier ist ja noch mein motor ein hauch von wir müssen runter ist dir bewusst ja warte warte doch warte doch alte frau ist doch kein d zu jetzt ich habe sie weggeschossen kein fleisch heute kein fleisch heute mit du hast gesagt du brauchst die tat hast du ganz sicher jetzt ist dir schlecht oder müssen wir weitermachen vielleicht kommt das böse aus dir raus liebe sonja aber welche ironie das böse aus dir raus liebe sonja weißt du so das ist so das widerspricht sich in sich doch wir brauchen das holz ja normalerweise habe ich es immer mit messer gemacht rebecca aber aufgrund von ich habe mein messer glaube ich verlegt hier ist der hauptglut ja deswegen darfst du den jetzt looten guck mal da ist die befallenen kiste ich guck mal rein ich schließe mal in der zeit das andere genau echt eine gute nehmen sie ach leben sie ist nicht schlecht hast du dietrich ich weiß nicht nur falls es jetzt nicht klappt es hat geklappt weil du durchgelaufen bist das ist ein buch davon erkenne ich schon noch eine waffentasche und hier ist noch das buch was da drin ist das kenne ich schon dann